Jetzt, live aus Köln, Guinness World Records, die größten Weltrekorde. Sagen Sie, ein attraktiver junger Mann, der muss aber irgendetwas Besonderes können. Und du wirst uns jetzt erzählen, was du besonders kannst. Was ist mit dir los? Also die Milch, die ich in meiner Nase aufnehme, die kann ich durch mein Auge wieder rausspritzen und kann dann die Gläser in die Gläser spritzen. Ein unglaublicher ästhetischer Rekord, den du da innehältst. Also, Milch rein, in die Nase, irgendwie zuhalten und durchs Auge wieder rausspritzen. Ist es klug, bei so einem Versuch mit einem schwarzen Hemd hier aufzulaufen? Das habe ich genossen. Ach, naja, das wird dann deutlicher also. Wie, der Rekord ist, wer weiß es genau, also es geht ja nicht darum, jetzt einen Rekord zu brechen, aber hier ist etwas Kaffee drin. Du wirst uns das einmal mal demonstrieren. Das ist ungefähr die Strecke, die du schaffen könntest. Milch in die Nase, durchs Auge spritzen, etwa bis hier. Das Ziel ist es, nicht mein Mikrofon, sondern Milch in den Kaffee zu kriegen. Wollen wir mal anfangen? Deni, ich werde es versuchen. Okay, wir fangen an, wir gehen ein Stück zur Seite. Vielleicht wird es ein ganz neuer Rekord und dann sind Sie dran. Leg los! Mmh! Ah, es ist cool! Das war toll! Oder willst du noch einen? Nochmal? Kannst du das auch durch die Ohren? Noch einmal! Äh, nicht so viel! Gib Schub! Ich bedanke mich bei dir! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Danke schön!